Hallo liebe Galeria-Family! Aktuell haben wir 20% auf Blast-Size-Fashion, deswegen lass uns mal schauen, was es so gibt. Also wir stehen schon bei meinem größten Highlight einfach. Leo ist ja diesen Herbst wieder auch total im Trend und ich muss sagen, dieser Mantel ist einfach ideal jetzt für die Saison. Wir haben auch noch super viele weitere Mantel im Angebot, also auch einmal hier in so einem grauen Ton, aber auch, wo ich sagen muss, der gefällt mir super, ist einmal dieser in diesem Oliveton auch super, super schön. Und jetzt, was man auch auf der Fläche bei uns sieht, ist, dass wir viele Brauntöne haben, was auch aktuell sehr im Trend ist. Weihnachten und Silvester steht vor der Tür deswegen. Wir haben auch schon die ersten paar schönen Teile, welche ihr zu Silvester und Weihnachten kombinieren könnt. Hier einmal mit so einem durchsichtigen Arm. Im Sommer ist meine Lieblingsfarbe Pink und ich bin so froh, dass ich hier gerade stehe und wir so viele Berry-Töne haben, was meine Favorite-Farbe im Herbst ist. Ich hoffe, die Einblicke konnten euch überzeugen und inspirieren und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen.